Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, wir blicken heute zurück auf ein Jahr 2017, das wir zufriedenstellend und gut bewältigt haben. Wir haben keine größeren Krisen- oder Schicksalsschläge erlebt. Wir haben als Stadtgesellschaft zusammengehalten und Herausforderungen gemeinsam bewältigt. Dafür bin ich Ihnen von Herzen dankbar. Jetzt blicken wir auf ein Jahr 2018, bei dem neue Herausforderungen und Aufgaben vor uns liegen, zum Beispiel im Bereich der Kinderbetreuung oder auch bei einem Blick auf unsere sozialen Strukturen in der Stadt Augsburg. Das Thema Wohnen wird sehr wichtig werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit einer guten und starken politischen Breitenmehrheit auch diese Grundlagen für 2018 schaffen und Probleme bewältigen können. Ihnen persönlich wünsche ich alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit und bleiben Sie unserer schönen Heimatstadt weiterhin gewogen. Vielen Dank.